Hi, mein Name ist Lisa. Die Fakultät Wirtschaftsinformatik der Fachhochschule Furtwangen University, Lehrstuhl für Software Engineering und Programmiersprachen, Professor Johann Anton Illig, führt eine Untersuchung durch, um den Einsatz und Nutzen von etablierten und agilen Vorgehensmodellen und Softwareprojekten zu untersuchen. Für diese Datenerhebung benötigen wir von Ihnen Informationen über den Einsatz der Vorgehensmodelle in Ihrem Unternehmen und auch Ihre Erfahrungen. Wir laden Sie herzlich dazu ein, bei dieser spannenden Umfrage mitzumachen. Ihre Angaben werden absolut vertraulich behandelt. Den Fragebogen finden Sie auf der Hochschulseite. Die Daten werden so ausgewertet, dass Sie keine Rückschlüsse auf einzelne Betriebe zulassen. Eine Publikation findet ausschließlich im Teilnehmerkreis statt. Sie gewinnen auf alle Fälle. Die Teilnehmer erhalten das Befragungsergebnis und eine Einladung zur Ergebnispräsentation. Veranstaltungsort ist die Hochschule Furtwangen. Bis zum nächsten Mal. Das ist der Fall. Bis zum nächsten Mal.